Die Mephisto Amadeus Horst Indors, meine sehr verehrten Damen und Herren, sind immer eng verbunden mit dem Unternehmen Banki & Sohn aus Nürnberg und jede Prüfung konnte Felix Haßmann für sich entscheiden. Felix, Gratulation zu deinem heutigen Auftaktsieg hier bei der Mephisto Amadeus Horst Indors. Nicht zum ersten Mal bei uns, sondern mittlerweile schon Stammgast. Was sagst du zu deinem heutigen Rit? Ja, ich bin sehr zufrieden. Mein Pferd sprang gestern schon gut, war zweiter, heute auch. Richtig gut, wenn ich morgen dann 1,50 Meter reiten, weil der so gut drauf ist jetzt. Und dann schauen wir mal, was morgen passiert. Ja, die Mephisto Amadeus Horst Indors sind immer wieder etwas ganz besonderes, wenn man jetzt zurückbringt. Früher war es das Glocks Champignard. Am Sonntag ist es der Glocks Grand Prix. Da kommt wieder ein ganz neuer Parcours in die Bahn, neuer Blumenschmuck. Also etwas ganz besonderes für die Pferde. Ja, sicherlich. Das Turnier, weil letzten Jahres Turnier war immer schön und jetzt dieses Jahr nochmal ein Highlight, glaube ich, am Sonntag mit dem Grand Prix. Und dann will ich mal hoffen, dass ich auch dabei sein kann vorne. Jetzt hast du drei andere Pferde eigentlich geplant gehabt für dieses Turnier. Eines davon wäre QualiQuante gewesen, aus der Zug von Dr. Hartmut Keitel, der hier persönlich ja eng verbunden ist mit dem veranstalteten Team, da er ja auch Pferde in Lamprechtshausen stehen hat. Was war da los, dass QualiQuante nicht nach Salzburg gereist ist? Ja, eigentlich war er sehr gut drauf die letzten Wochen. Auf dem letzten Turnier war er ein bisschen müde und da habe ich lieber gedacht, machen wir dieses Jahr Pause und fangen im Januar wieder an und dann geht es von vorne los. Aber die, die du mit hast, sind top in Schuss. Was rächtest du dir aus für das Championnat und für den großen Preis? Ich werde zwei verschiedene Pferde reiten. Im Championnat werde ich Balzacchi reiten und im großen Preis werde ich dann Cayenne reiten. Die sind eigentlich beide sehr gut drauf. Cayenne hatte letzte Woche Pause, aber ich glaube, dass der heute Abend fängt er an und ich glaube, dass er auch sehr frisch ist. Wir wünschen wieder Toi 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 und alles Gute für die weiteren Turniertage. Danke. Mischung Mischung J frame Mischung